So, dann hätten wir noch was für den Sommer zur Erfrischung. Und zwar einen USB-Mini-Ventilator. Einfach an irgendeine Powerbank. Und ein Funstastic. Und hat damit halt eben im Sommer eine Erfrischung. Und man kann es einfach transportieren, indem man den Profiler abnimmt. So klein ist das Ganze dann. So, dann habe ich hier noch was zur Selbstverteidigung. Und zwar einen Kubotan. Hier hinten ist der Druckpunktverstärker sozusagen. Oder Glasbrecher. Dazu kann ich ihn auch nutzen. Und das Ganze ist auch noch ein Kugelschreiber. Einen Kugelschreiber kann man ja heutzutage immer gebrauchen. So, dann habe ich noch was für die Geldbörse. Wurde schon sehr oft vorgestellt. Also muss ich dazu nicht viel sagen. Und zwar ist es dieses Check-Hart-Messer. Hier machen wir es auf. Klappt man das einmal um. Klappt das nach innen. Das andere nach innen. Komm schon. Da. Schon ist es. Mini Check-Hart-Messer fertig. Scharf ist es auch wie Sau. Weil die Klinge auch nicht so breit ist. Also, gerade die Messerschärfe hat sie auf jeden Fall. Das ist noch ein Grashall. Ich habe jetzt keinen Stock hier. Dann kann ich das Ganze wieder auseinander tülen. Dann. Verdreht hier die Sicherung. Dann ist es fest. Und zwar in dem. Und so bekommt ihr es überall rein. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.